Das ist ja doof, dass der Landepunkt denn da jetzt immer ist. Das ist ja minderwertig schön. Muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. Könnt ihr den nicht abbauen? Ah. Ah, jetzt baut er wieder einen neuen auf. Ah, okay. Okay, okay, ich sehe es ein. Du sollst nach Hause fahren. Ach so. Wer ist sie? Oh, Hatschi. Hapuli. Oh, I. Ist ja eklig. So. Lalu, lalala, lalu. Das liegt jetzt einfach bloß daran, dass ich ihn nicht in den NRW geladen habe, weil ich unnötige Stresssituationen durch Umhertransportieren des Patientens verhindern wollte. Ist das der B-Dienst? Wo ist denn der? Ach, da ist das Kale. Ähm, du nicht. Aber du bitte. Abrücken. B-Dienst kann auch abrücken. Wir brauchen bestimmt Notarztbegleitung. Dann brauche ich hier noch zwei ASFs. Hier oben wollen wir noch drei ASFs. Eins, zwei, drei. So. Ach, guck mal, hier ist ein Krankenhaus. Ihr könnt schon mal wieder auf Streife fahren, meinetwegen. Du kannst nach Hause. Du parken. Sehr schön. Sauber gelöst. Ach so, hier ist ja noch unsere BMA. Die habe ich ja total vergessen. Scheint aber kein... Feuer BMA. Scheint aber kein Brand zu sein, sonst würde das hier, glaube ich, schon draußen rausqualmen. Also haben wir alles gut gemacht. Was macht er denn da? Ja, gut. Ja, gut. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts, Leute. So. Ah, guck mal, hier, die beiden können auch schon mal wieder parken. ASFs sind auf dem Weg. Da haben wir noch irgendwas offen. Den, den, den. Okay, passt. Spedition Bille-Elbe, ne? Bille-Elbe. Guten Tag, ich bin Bille-Elbe. Wo wohnen Sie denn? An der Elbe. Das hier ist die Elbe. Die Elbe. Die Elbe. So. Wäre natürlich schöner gewesen, wäre das hier so richtig Hamburg nachgebaut gewesen. Aber wir wollen mal keine hohen Ansprüche stellen, ne? Parken. Reife. Ein Trupp unter PA zu O. Zur Erkundung vor. Parken. Alles clean. Kannst die Bär mal zurücksetzen. Wo ist er denn? Feuerwehrmann. Da. Zugführer. Wächter mit. Wächter mit. Und dann direkt wieder abspannen. Leute. Abspannen. So, sind die hier alle weg? Ne, das ist gar keine angekommen. Geil. Habe ich denn? Habe ich manchmal bloß zwei, äh, ASFs? Äh, ja. Ich glaube schon. Wir sind gerade beide im Einsatz. Das ist doof. Ich glaube, ich habe bloß zwei. Momentan. Was ist hier los? Ist kein Abschleppfahrzeug verfügbar. Ja, also habe ich bloß zwei Abschleppfahrzeuge. Das ist aber auch kacke. Habe ich auch mehr AA. So. Erstmal einmal kurz strecken. Und einen Schluck trinken. Was haltet ihr davon? Erstmal einen Schluck trinken. Sehr schön. So. Den haben wir jetzt außerdem da oben. Erstmal alles abarbeitet. Brandausbruch durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material. Löschen Sie alle Brände. Das da? Ernsthaft? Ah, vorher klein. So, hier brauchen wir noch ASFs. Abschlepp, Dienst, Abschlepp, Dienst. Und dann hole ich hier mal noch eine Pol her. Damit die da ein bisschen den Verkehr umleiten können. Das ist ja ein bisschen nervig. Fahrzeug 19. Warum fahren die denn nicht hier los? Wieso fährt immer der los? Stiegen. Was ist das? Fahrzeug 17. Peter. Fahrzeug 19. Kripo. Kripo. Guten Tag, ich bin Kripo. Theoretisch 18... Mittlerweile müsste Wedel einsatzbereit sein. Mach doch mal dein Blaulicht aus hier. Also... Tü-ta-tü-ta-tü-ta-tü-ta-tü-ta-tü... Schubkarnbrennt! Brennt, äh, Stockaufschubkarre! Ich finde das immer lustig, wie bei dieser Kameraeinstellung das immer hin und her hüpft, wenn man so... Wuh! Finde ich lustig. Aber da kann man auch ein paar schöne Bilder mitschießen, wenn man... äh, das können wir zählen. Das ist hier Stau. Ich bin kein Stau. Fahrzeug 18. Traur mal nach hier, ich brauch dich sonst nicht. Also ich brauch dich schon, aber... Absitz. Ja, auf dem Weg. Polizist. Alles klar. Was bist du? Beamte der Krimaner, äh, Kriminalpartei. So. Fahrzeug 29, hör. Schnell, bitte. Zack. Hat ja auch Feuerlöscher gereicht, aber ist ja egal. Was gibt's? Also ist das hier so ein... Fahrzeug 18. Gemeinschaftswagen quasi. Fahrzeug 18. So, ich nimmst den mit. Fahrzeug 27. Ich nimmst den mit. Fahrzeug 29. Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Ich bin unterwegs. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Hol die man Zeit und dann noch ein RTW, bitte, weil der wird wieder zusammenklappen, denke ich mal. So schnell bin ich denn doch nicht... Bin ja doof. Ich hab ja keine, äh, keine, äh, Polizeiwagels. Auf Streife. So, guck mal. Das werden wir mal machen. Eins, zwei, drei, vier. Alle angegangen. Was bist du? Du bist nichts. Auf Streife. Auf Streife. Auf Streife. Verkehrskontrolle durchführen. Blitzeinschlag. Prüfen Sie, ob Personen verletzt wurden oder Brände ausgebrochen sind und kümmern Sie sich darum. Wo ist denn der Randalierer? Jetzt krieg ich den lieber von hier? Ja, da. Kommst du her? Na. Jetzt. Fahrzeug 41. Das Problem ist jetzt auch, ich hab jetzt zwei Verletzte, glaub ich, ne? Ja. Einmal zweiten RTW bitte zur Einsatzstelle. Und sind die... Oh Gott, der Bahnhof brennt. Der Bahnhof brennt. Feuer klein. Reicht eigentlich auch ein KLF, ne? Kleindöschfahrzeug. So, du nochmal aufstreifen. Hier könnt ihr wieder parken. Zwei der RTW... Was ist jetzt los? Hallo. Bitte kommen Sie schnell. Oh, kommen Sie schnell. Notfalltür verschlossen. Einmal hier. Keine näheren. Oh, der parkt aber schön. Was gibt's? Wie das? Ne. Muss ich immer da draufkriegen. Oh, doof. Doof, da. So, nimm den mal mit da. Gib mir mal aus dem Wickel. So kacke, dass es da unten ist. Oh, Leute. Mann, 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 ey. Oh, ich freu mich ja schon auf meinen Urlaub. Oh, was ist hier los? Achso. Ich wollte grad sagen, wer läuft da denn los? Lum. Lum. Was läuft nur so, dumm? Fahrzeug 3. Fahrzeug 44, hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 22. Fahrzeug 40, hört. Ähm, hol die Manne. Äh, Atemschutz. Oh, Atemschutz anlegen. Axt. Fahrzeug 43, hört. Fahrzeug 11. Fahrzeug 43, hört. Tür. Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür aufbrechen. Fahrzeug 22. Ja, dann mach das doch. Dann muss ich da erst versuchen, mit der Polizei reinzugehen. Das Gebäude ist verschlossen. Wir müssen die Tür aufbrechen. Da geht doch grad einer rein. Da brech doch die Tür auf. Ah, Tür aufbrechen. Fahrzeug 43, hört. Der ist verdächtig. Nimm den fest. So. Fahrzeug 11. Du, K.H. So, Tür müsste offen sein. Notarzt. Oh. Ja, da komm ich gar nicht weiter ran, ne? Oh, Löschboot. Löschboot. Kommt das da? Ne, ich glaub, das kommt da nicht hin. Ja, wie komm ich da denn ran? Gar nicht, ne? Doch, da. Guck mal da. Ah, ne, das... Da geht... So steht... Ich hab grad gedacht, das ist ein Hydrant. Ah, Leute. So, dann einmal... Oh, zwei Leute. Fahrzeug 4. Absetzen. Alle, außer ihr beide, einmal bitte mit Feuerlöscher ausstatten. Und einmal zum Angriff vor. Was ist da los? Achso. Gut. Ja, du sollst denen helfen. Feuer, wenn man du stehst im Weg. Geh... Oh. Schlimm. Was ist hier los? Achso, durch fahren Streife. Wunderschön. So, hier da rein. Na da, du bist PA-Träger, du bist auch PA-Träger, den übernimmst du. Ob da außen einer langkommt, das ist jetzt die Frage. Nimm dir mal einen Hü... DIN da. Geh mal nach... Kommst du da hin? Wäre ja cool. Kommst du... Kannst du da hin gehen? Nein. Kommt der nicht. Schade. Das wäre ja cool gewesen. Da soll ich zu reingehen. Mann, Mann, Mann. Achso, hier fehlt noch ein... Abschleppauto. Ein Abschleppauto. Ein Abschleppauto. 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 Abschleppauto sind ganz wichtige Autos, denn die slappen alles ab. Hashtag Abschleppauto. Ab ins Krankenhaus mit dir. Ich glaube, der kann auch ins Krankenhaus. Ihr könnt abrücken. Prüfsteil wird auch nicht mehr benötigt. Person lebt. Erinnern, RdW. Wieso hat der denn... Äh... Parken? Sonnen. Oh, das war gemein. Achtung, Brandstiftung im Einsatzgebiet. Verhaften Sie den Brandstifter und transportieren Sie ihn ab. Löschen Sie alle Brände. Absetzen. Nee, absetzen. Du sollst aussteigen. Krall dir den Typen. Krüllt ihn euch. Das ist Feuer, würde ich fast behaupten. Und das alarmiere ich nach hier. Der steckt das hier an, aber da vorne fängt es an zu brennen. Ist ja merkwürdig. Was gibt es umgehend durchgeführt. Fahrzeug 17. Hefe. Hefe. Es brennt. Hefe. Hefe. Hefe Weizen. Fahrzeug 226. Fahr nach Hause. Ich brauch dich nicht. Störst bloß. Fahrzeug 226. Du machst das noch da. Du sollst nach Hause fahren, habe ich gesagt. Hörst du nicht auf mich. So, Drehleiter in Stellung bringen. Absetzen. Du holst hier einen Schlauch. Du holst hier einen Schlauch. Du kuppelst da an. Du gehst da hin. Nee, warte mal. Du. Okay. Du legst das mal ab. Ah, nee, warte mal. Geh mal nach. Nee, warte mal. Stopp. F. Nein, 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 nein. Du sollst Verteidersetzen. Dort. Du schaffst das. Ich glaub an dir. Ich glaub an ich... ...